Hallihallo, wir wollen Küken ausbrüten, wie er heißt mein Sohn und ich. Zeig dich mal, zeig dich mal, eine Hand, eine Hand, komm. Alles klar, gut. So, wir sehen die Brutautomaten, die fahren sich langsam von alleine hoch. Ich glaube nicht, dass ich die einstellen muss, aber schauen wir mal. Ich glaube, die sind sogar schon voreingestellt. Glaubst du? Ja, glaube ich. Und jetzt warten wir mal auf die Eierlieferung, die heute kommt und die drei Eier, die wir aus unseren Hühnern nehmen. So, jetzt gucken wir mal, ob wir noch einen Eifen für die Brutmaschine. Da kommen sie schon alle raus. Ich suche ein Ei von meiner Karolin. Schau mal. Es regnet, es ist eklig, es ist nass. Und Karolin sitzt gerade da. Uh, Karolin. Karolin ist die, die die größten Eier legt. Und sie überlegt, auf gerade ein Ei zu legen. Das ist nicht ihres. Und das möchte ich auch nicht nehmen für den Brutautomaten. Na, schauen wir mal, ob sie sich ja noch um überlegt. Das sind zwei. Hey, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Hier haben wir ein normales Ei. Und hier unsere Karolin-Eier. Die deutlich größer sind. Das nehmen wir mit rein. Aus unseren werden wir nun schon mal den kleinen Brutautomaten hinzufügen. Das ist von unserer großen Karolin. So. Jetzt haben wir mal Rana Italiener. Schauen wir mal, ob die hier drin passen. 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 Bis zum nächsten Mal.